Hallo, ich bin die Christine. Ich bin die Mama der Emma und die Mama von der Klara. Unsere kleine Klara, die ist vier Monate alt und ich habe mir mal näher für euch den Kinderwagen von DuBatti angeschaut. Was ich bei dem Kinderwagen super gut finde, ist, dass ich ihn mir selber zusammenstellen konnte über den Online-Konfigurator. Das heißt, die Farbe konnte ich mir aussuchen, die Farbe des Gestells und da habe ich mich jetzt für die Farbe Green Melange entschieden und das Gestell in Weiß. Das wirkt sehr freundlich und das habe ich bisher bei noch keinem anderen gesehen. Was ich total klasse finde an dem Kinderwagen ist, dass er ein recht großes Sonnenverdeck hat mit einem Sichtschutzfenster, was ich ganz einfach mit dem Reißverschluss aufmachen kann und wieder schließen kann. Unten unter dem Kinderwagen ist ein riesengroßer Einkaufskorb. Den finde ich super gut, denn mit zwei Mädels oder wenn man überhaupt unterwegs ist, ich habe immer super viel Krams dabei, da kann ich einiges unten drunter verstauen oder auch frisch gekaufte Erdbeeren. Genau, also alles, was man so beim Einkauf findet. Von unseren Nachbarn bin ich natürlich auch gleich auf die neue tolle Farbe angesprochen worden. Was ich auch ganz, ganz klasse finde, ist, dass das Umbauen des Kinderwagens von der Babywanne zum Sportsitz super einfach ist. Einfach drumherum die Reißverschlüsse aufmachen, dann den neuen Sitz, den Sportsitz anhängen, Reißverschluss zu und wir können wieder losdüsen. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber es ging super, super schnell. Dadurch, dass ich halt auch noch eine große Tochter habe, könnte ich dann einfach schnell den Sportsitz wechseln. Was ich total praktisch finde, denn dadurch wächst meine Tochter mit dem Kinderwagen mit. Ich brauche mir nicht zwei Kinderwagen anschaffen. Und dadurch, dass ich ja auch zwei Mädels habe und die eine drei schon fast drei ist, hat die da auch noch locker reingepasst und wir konnten auch mal ein paar Runden damit drehen. Also das fand ich halt super, dass ich den für beide Mädels sozusagen jetzt noch anwenden kann. Was mir beim Dobotti auch noch sehr gut gefällt, ist, dass er eine ausgezeichnete Federung hat. Also dadurch kann ich halt über unebene Straßen ziehen, über Sandwege, Schotterpisten, also alles, was das Herz begehrt. Also hätte ich den Kinderwagen nicht schon jetzt mir über den Online-Konfigurator oder über das Online-System bestellt, dann würde ich ihn mir glaube ich nochmal bestellen. Also ich finde ihn total klasse, kann ihn nur weiterempfehlen. Schaut ihn euch doch mal an. Bis dann. Ciao.